Grüß Gott aus dem Herzen des Schwabenländlers und herzlich Willkommen aus Stuttgart zur Glow Convention. Ich freue mich schon riesig und ja, hier die Halle füllt sich schon auch, wie ihr es schon sehen könnt. Und ihr zu Hause braucht euch jetzt überhaupt nicht denken, verdammt, warum bin ich nicht vor Ort? Denn dafür bin ich ja da. Ich bin hier, damit ihr zu Hause überhaupt nichts verpasst. Und wenn ich mich hier so umsehe, dann sehe ich schon sehr, sehr viele schöne Menschen. Das ist wirklich ein Ort für die schönsten Menschen des Landes. Und ja, apropos schön, da darf natürlich eine Person nicht fehlen und das ist... Servis Limoni! Hallo, hi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein, vor allem heute in Stuttgart, meine Heimatstadt. Was ganz Besonderes also heute? Auf jeden Fall. Also die letzten Leute haben mir ja super gut gefallen und deswegen war es nur absehbar, dass ich jetzt heute wiederkommen muss. Und wenn es deine Heimatstadt ist, dann sind bestimmt auch ganz viele deine Freunde da. Auf jeden Fall. Es sind ja alle da. Also von Stefanie zu Anna-Maria, die aus den Philippinen mit Katharina zusammenkommen. Und Freunde, die aus Las Vegas live zugeschaltet werden. Also es sind wirklich heute alle da. Ihr werdet natürlich nichts davon verpassen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Und worauf freust du dich denn am allermeisten heute? Ach so, meine Güte. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf die ganzen Menschen, die ich heute kennenlerne. Alle Beauty-Begeisterten, die natürlich hierher gekommen sind, um sich natürlich die verschiedenen Stände anzuschauen, gute Deals zu bekommen, aber auch um uns zu treffen. Und darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Und darauf hast du gerade schon angesprochen. Gute Deals bekommen ganz genau für euch zu Hause gibt es nämlich heute ein Glow-Mall-Special. Dann haben wir unter anderem Panel-Talks. Es gibt Leute wie Boris Entrup, denen wir mal über die Schulter gucken werden. Stefanie Giesinger hast du schon gesagt. Sammy ist natürlich da. Und was ganz Besonderes, deine Schwester Lamia. Sie performt heute ihre zweite Single, Echoes, und ich freue mich. Also es wird großartig. Ich habe schon die Proben gesehen und gehört, deswegen, es wird unglaublich. Leute, this is glow. This wird super. This wird super, ja. Das ist hier wirklich eine Veranstaltung für Brands, Trends und Fashion-Fans. Für alle. Ist das so? Ja. Sehr schön. Dann dranbleiben, denn hier verpasst ihr nichts. Wir werden alles für euch einsammeln. Und dann sehen wir uns nachher und wir machen uns jetzt mal auf den Weg und gucken, was hier schon so ein bisschen abgeht. Viel Spaß. Sehr gut. Bis gleich.